Und da sind wir wieder zu Ender-Rennen in Folge JustCross 3. Wo waren wir denn jetzt in der letzten Folge? Ah ja, der Une wieder. Costa del Porto war ein Rückschlag bei den Niederlagen. Aber wir machen weiter. Bist du in der Höhle? An der Südspitze von Zoros. Wir haben uns hier verkrochen. Vino ist auch hier. Sie will mit... Ja, das kennen wir ja eigentlich alles schon. Ja, das war wieder so ein epischer Fail direkt am Start. Ähm... Ich hab mich schon wieder das längere nicht mit dem Spiel beschäftigt. Es wird wieder sehr nubig werden. Denn... Hi! Hallo! Steck die Maus! Danke! Oh! Bah! Schiff! Ne! Ja, genau. Macht das mal. Ich fahre der Weile weiter. Wie? Wir haben ja noch was nicht eingenommen. Was ist da los? Ja, wie gesagt, wir machen erstmal die Satelliterschüssel da oben fertig. Oder was heißt wie gesagt? Habe ich eigentlich schon nicht gesagt. Egal, wir machen es einfach. Ähm... Halt! Hier geht's hoch! Ja, ihr könnt euch wieder einkriegen. Ja, ich werd kein Colin McRae mehr. Wobei das Auto dafür auch nicht unbedingt geeignet ist. Es hat jetzt nicht unbedingt den besten Dampf. So, wie ich das Spiel kenne, ist jetzt immer wieder alles voll mit Gegnern. Oder? Na, klasse! Das war ja irgendwie klar, ne? Ja, ne? Na, geht das hier nicht irgendwie so mit Fallschirm und so? F? Ah, F. Oh Gott, äh... Ja, und jetzt? Ähm. Ähm. Ne, Fluch lassen. Ah, ja. Huch. Ne, F war Granate. Ja, 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 scheiße. War das nicht irgendwie... Wie kam ich jetzt hier drunter? Ich weiß es nicht mehr. Ah, V. Hier, wo schießt's? Hier schießt's. Haller, Baby. Oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus mit der Steuerung. Ähm. WAH! War hier unten nicht ein Panzer? Warte mal. Ähm. Wah! Einmal, ey. Na! Das ist aber wahr. Egal. Ähm... Ja, ohne Schampanzer ist das jetzt auch nicht. Ähm... Ja, ich... Ach, nö, 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 das mach ich, nö. Dann fahr ich ja wieder außen rum, nö. Nö, das will ich jetzt nicht. Wie konnte man eigentlich mit diesen Wingshuten mal rumfliegen? Wie ging das denn? Moment. Steuerung. Ähm... Optionen, PC-Steuerung. Äh... Boot, Schützki, Flugzeug, Wii. Wii! Zufuss... Springen, Wingshut... Ehe. Genau, ehe. Luggen wie war's doch. Ähm... Äh... Moment mal. Ich weiß, was? Wieso schon wieder? Oh... 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 Risiko, Risiko, Risiko. Oh... Oh... Haha, das ist klar. Willst du mich rollen? Ui. Ja, 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 krieg dich wieder hin. Wie war das eh nach Buch? Oh... Na, aber hoch da. Was? Was? Warum? Ach, da unten. Lol, du mit deiner scheiß roten Mütze. Nein, 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 nein. Weg da, weg da, weg da. Kschschsch. Geh, kusch. Nein, kein Nein, Granada. Oh. War ich das? Ähm... Boah, warum kommt denn jetzt schon wieder? Wo kommst du denn her? Taube? Dreiweise Tauben. Das war das Doppelrad da, was man noch gefittert hat. Guck mal, einer schau. Ich bin so stolz auf mich. Das sind die Waffen. Gut. Ähm... Wollen wir mit dem Heli-Schrauber rüberhubkoptern? Ach da. Lol, direkt vor mir. Hä, hä, hä. Na, auch mit dir. Aber, ey. Hello, Baby. So. Das fliegt bestimmt schön in die Luft. Genau. Badaboom. Wir laden mal nach. Und jetzt auf zum Heli-Schrauber. Ähm... Wir müssen das Ding da oben noch kaputt kriegen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber mir fällt bestimmt irgendwas Dummes ein. Moment, ich muss mal kurz ein Fenster verschieben. So. Jetzt zähl ich auch ein bisschen wat. Wah! Nee, eh war das. Hallo. 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 Autsch. Autsch. Waa? Ja, klar. Das hält mal aus. Alarmstufe 2. Ernsthaft? Nee. Hi. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschweren. Alter, was? Das hält hier? Loll. Na. Äh. so wie gesagt ich weiß noch nicht wirklich wie ich das ding da oben jetzt kaputt krieg waa ah alter kommt da noch mehr galo bling ja irgendwie nicht ne hallo reinstecken hallo kauer wer sucht hier stunk hä wer hat denn jetzt hier gerade ich werde blöde ich werde blöde hallo hallo hier ist doch nichts weiter was schießen kann hier ist doch nichts mehr was schießen kann das ist doch nie nee jm jm da na lady bling das ist doch nichts mehr was schießen hä aber äh 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 r oder sie oder es so r so na nun bin ich ja mal gespannt das gibt's gar nicht noch gar nicht unter Luft da 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 okay so das ist doch ja ja w 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 Ja, keine Ahnung, ob das hier was bringt, ich baller einfach mal drauf. Die nicht irgendwas mit Y und C und so steuern, so einfacher irgendwie. So, irgendwie dampft sie schon mal. Yeah, endlich, lange noch drauf ballern, dann geht's, das war die Satellito-Schüssel, hey. Diese Waffe ist jetzt freigeschaltet, UVK 13, na alle Achtung, Bazooka-Wahnsinn, Chiroku-Kick-Sky's-Tour. Wollt ihr, steig aus. Lies die Lage, bitte komm, brem die Scheiße. Hallo? Ähm, huhu. Es war ja wieder klar, dass er wieder kommt. Seid gegrüßt, Bürger. Vigilator-Suit war nicht wirklich schön. Aber selten. So, vier von fünf Titlungen. Wahrscheinlich da unten war. Oder das da. Ähm, Moment. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm. Oder? Unser geliebter General sah das auch so. Deswegen wurde es komplett entfernt. Naja, zum größten Teil. Ja, jede Industrienation hat mal Probleme mit der Infrastruktur. Ähm, das ist bestimmt auch der Grund, warum ich aus einem unterirdischen Bunker sende. In diesem Sinne, weitermachen. Äh, wie war Sadici? Hey, guys. So, ich würde sagen, das war doch eine gelungene Sanktion. Mal kurz. Hey! Hey! Freunde! Bitte kommen! Zurück! Hierher, Kollege. Jetzt, ne? Kollege, bin ich sauer. Das ist immer noch meine Karre. Ich, Chef, du nix. Wir machen da mal noch schnell die Konvoi-Rettung oder auch nicht. Und fahren uns selber kaputt. Uiuiuiuiui. Ja, gutes Auto. Es ist immer wieder geländegängig. Jihau! Black Hawk! Na, fährst du jetzt mal? Böses Auto. Böses Auto. Böses Auto. Böses Auto. So. Das ist ein Drecker. Das ist sehr schön. Errechen. Haben wir gemacht. Boah! Ey, was sind denn das für konnen? Wir sagen immer die Bösen den geilen Scheiß. Wer schießt denn hier eigentlich auf mich? Wieso schießen das alle auf den? Oh, und schon ist Ruhe. Huch. Huch. Geil. Noch jemand ohne Fahrschein vielleicht? Hubschrauber oder sowas? Huch. Huch. Oh Gott. Ach ja, so. Das ist doch immer wieder schön. Ähm. Ja, was machen wir in der nächsten Folge? Ja, irgendeine Siedlung ist ja noch nicht so ganz. Warte mal, wir machen jetzt mal noch einen Rebellenabwurf. Hallo. Spezial. Speziale haben wir noch nicht so sehr viel. Was haben wir in den Nutzfahrzeugen? Nicht. Nichts. 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 Boah. 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 Ich weiß nicht. Ähm. Und in diesem Sinne, ich steck noch kurz ein und dann abscheuere ich mich. Bis zum nächsten Mal. Eure Eide. Tschübe Nö.